Ja, liebe Ertugfreunde, jetzt da vor der Vasselias Alt schnell noch eine Überfahrt über das Stoppelfeld mit dem Grupper. Ich gruppere nicht tief, aber so, dass da das Ausfallgetreide schön noch einmal eingearbeitet wird. Und dann kann ich mit dem Klingenrotor und der Sämaschine nur ganz flach obendurch bearbeiten. Geht dann viel besser. Hilfe! Ich fahre da mit dem Grupper 10 Stundenkilometer. Und mit dem Variogetriebe braucht es da nur 1450 Motoren und den braucht er nicht. Und das läuft dann eh ziemlich isolsparsam. Schau ich mal. Ja gut, jetzt laufen da wohl 15 Liter durch die Stunde. Auch wenn da nur 1500 Motoren und Umdrehungen sind. Ja, was ich da immer schätze beim Venn. Wir stellen die Geschwindigkeit ein, die ich fahren will. Der Motor sucht die Drehzahl selbst. Und ich arbeite nur mit einem Knopfdruck, beschleunigt den Traktor wieder auf die eingestellte Geschwindigkeit. Ich muss auch kein Gas drücken. Ich stelle einen Knopfdruck und der fährt wieder so. Wie ich da eingehebe habe. So, Mittagessen. Das war, wie ich das, wenn ich da bin. Und ich bin hier in meinem Till. Und ich schätze 10 Milan. Ich bin hier in meinem Till. Ich bin hier in meinem Till. Ich bin hier in meinem Till. Ich schätze 10 Milan. Ja, lieber jetzt rein, ja. Nach dem Pasellia-Säden habe ich zwar nicht ganz genug Sackhut, aber das was im Kasten ist, in der Sämaschine, das sehe ich jetzt noch raus. Es ist jetzt, ja es ist auch noch nicht so spät, aber schon wieder finster. Viertel vor zehn ungefähr.